willkommen zu einem neuen video diesmal geht es um glockodo das bedeutet wir zeigen einmal wie wir unsere projekte nachverfolgen bedeutet wie viel zeit haben wir in gewissen projekten verbracht wie sieht das ganze aus wir fangen an hier mit dem dashboard haben wir ein ring diagramm sehen unsere leistung bedeutet hier in der leistungsphase vier haben wir in diesem monat 194 stunden schon verballert das macht 24 prozent unserer gesamten stunden aus und so für die lp5 fürs büromanagement das heißt für bürointerne aufgaben die leistungsphase sechs bis sieben dort haben wir zwölf prozent daran gearbeitet im entwurf waren es elf prozent und dann hier letztendlich die kleineren stücke in den anderen leistungsphasen oder in anderen leistungen von uns unten sehen wir auch in den projekten wie viele projekte wir hinterlegt haben bzw wie viel zeit wir in den projekten blüht haben die haben ein projekt mit aktuell 19 prozent das büro für interne arbeiten mit 14 prozent war eigentlich recht hoch in den letzten tagen schon sie in diesem monat und dann halt noch die weiteren projekte mit mit ja deutlich geringeren anteilen das ganze kann auch ein bisschen spezifischer darstellen und zwar könnte ich hier auch noch mal gewisse filter reinsetzen wie lange hat welcher mitarbeiter an welchem projekt benötigt das ganze auch in diesem balkendiagramm dargestellt und so können wir immer nachvollziehen ob wir im budget lagen oder ob wir ein bisschen verkackt haben bis dahin